Lass mal heute zum Tutorial Nummer 2 Wordpress kommen. Also was man wichtig hinkt, dass das, dass man versteht, dass es nicht mehr durch Übung geht. Also wenn man da viele Tutorials guckt, das bringt es nicht viel. Also ihr müsst selber jetzt daran üben. An vier Stunden helfen gehen ich das gehe hin, dass ich, wie soll ich so, verschiedene Trio gehen, wo ich mich einfach hast, wo ihr direkt aufhängen könnt, uns hier zu verlaufen. Und da ist es ganz wichtig, was die Linksseite oben liegt von ihrem Wordpress. Weil da hat er die verschiedenen Menüe dran und duken sie dann genau, was ihr müsst machen, wie das hohe Resultat wird. Also an diesem Tutorial beschäftigen wir uns herzlich mit der Rubrik Design. Wir beschäftigen uns mit der Rubrik Menü, die am Designmenü dran ist und mit Anpassen, die auch am Designmenü dran ist. Wenn ihr diese drei Sachen beherrscht, dann sind die Armeen, für hinzugehen, um schon die ersten Seiten abzumachen, wo ihr dann effektiv hier in Strop basieren könnt, um weiterzuführen. Voilà, kommen wir gleich einfach zurück in den Büro und dann schauen wir zusammen, um zu sehen, wie das kann funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Für die Dächtweisen ist es aber noch nach wie den Titel von einer Seite mitgebt, das ist ganz wichtig. So, hier sind wir hier auf meinem Wordpress.com und hier sehen wir die Linksseite hier, die ich schweißen habe. Das ist ganz wichtig. Hier geht es nicht hin, dass ihr überall drauf klickt, sondern man klickt nur nur da, wo ihr schweißen. Das Design hätte ich schon am Video gesucht, am Design, da gucken wir nur das Menü, an mir gucken, auch anpassen. Es geht nicht um die anderen Sachen, weil das habe ich nicht alles probiert. Also, da hätte ich so ein paar Mittel, dass ich ein bisschen alles laschen müsste, das wäre unwahrscheinlich. Vielleicht weiß ich nicht, aber noch von den Seiten, hier sieht ihr, das Menü Seiten, alle Seiten, die gucken wir das können. Erstellen, das gucken wir gerne, das ist nicht so wichtig. Also, alle Seiten gucken, das Links und Wordpress sind ganz wichtig. Wie gesagt, Design, voilà, und du nimmst das Menü am Anpassen. Es geht nicht um die anderen Sachen. Weil, das müsst ihr nicht ein paar Mittel haben. Das tut gar nicht weh, dass ihr die anderen Sachen, die wir hart schweißen. Mach das nimmst nicht. Aber, noch ein Klammer auf, hier, hier sehen wir uns, da steht, dein Warenkorb ist bereit für die Zahlung. Bezüllen nicht. Das wird gar nicht weh, übt erst mal für dich. Jeder hat etwas bezüllen. Ich weiss nicht, wie das Resultat soll aussehen. Hier sieht man auch. Hier haben wir auch Startzeiten. Wir sind über. Wir haben den Blog. Wir haben auch einen anderen Blog. Das können wir auch aufmachen. Und da ist es ganz wichtig. Da füllen wir mal auf. Also, das sind einfach so. Layouten, die ich einfach rausgeholen habe. Also, da habe ich noch gar nicht gemäht. Und dann Kontakt. Und da haben wir Kontakt. Da füllen wir ganz auf. Das ist nämlich ganz wichtig. Weil, da könnt ihr mit Datenschutz an Cookies. Also, da würde ich es wirklich vorbei nach Verkauf zu gehen. Also, das geht ja zu Lützeburg. Und in Europa geht ja dann auch noch die Geschichte mit Protektion. Und mit den Cookies, mit den Haaren. Lass dich da nicht verhängen. Also, da muss ich ganz genau aufpassen. Da gehen die Tüden, die wissen, wie sie das machen. Da das kein Problem hätte. Ich hoffe mal. Boah. Wie gesagt. Ich gucke mal die Zeit. Und nun. Ich spreche mir mal ein paar Ohren her. Nervend alle Seiten auch. nichts. Es gibt alle Seiten. Was interessiert Nest? Ich versuche mir einfach ganz von Ihnen. Und ich denke hin spur telefoon an. Ich bin nur noch, dann bitte hier raus. Ich bin fast. Ich bin fast. моieren. Es част. Die Frage. WDR coordin. Ohren. Weiss. Boah. Sie mal. Ich bin fast. Untertitelung des ZDF, 2020